willkommen zu meinem neuen video heute machen wir na wer reds bürger ja genau was wir hierfür brauchen seht ihr einmal wie immer links eingeblendet und ja für die vegane version werden wir noch fischstäbchen verwenden aber die sind noch in der tiefkühltruhe die werden wir dann rausholen wenn wir die rauchen palafel werden wir auch verwenden vielleicht aber wie gesagt ihr könnt natürlich auch alles andere reintun ja okay dann starten wir jetzt und zwar würde ich mal sagen dass wir mit dem fleisch gewickeln dann sehen wir uns gleich wieder so und wie ihr seht haben wir hier einmal das fleisch das hackfleisch und wir haben hier einmal eine schale genau jetzt geben wir einmal das hackfleisch in die schale hinein und jetzt habe ich hier ein löffel wie ihr schon seht und ja wir lockern das ganze hier einmal so und jetzt holen wir einmal salz und pfeffer und streuen hier erst mal so ja so einen halben teelöffel salz rein und dann geben wir noch ein viertel teelöffel zu äh pfeffer hinzu jetzt rühren wir das einmal um so ich bin es fertig jetzt wasser uns einmal die wände und geben den teelöffel einmal zur seite und kneten das einmal ordentlich mit der hand durch bis gleich so Hände sind gewaschen und ja dann legen wir jetzt los so ich bin jetzt fertig mit dem burger patty ähm ja ich habe das jetzt hier ungefähr zehn minuten durchgeknetet oder fünf minuten und jetzt holen wir einmal ein backblech so ich habe es jetzt hier aus dem backblech getan und habe es durch vier halbiert und ähm vier kugeln geformt jetzt nehmen wir uns eine kugel raus und drücken sie erstmal runter wenn ihr eine bürgerpresse habt könnt ihr natürlich auch diese verwenden so meine vier patties sind jetzt hier fertig ähm ja ihr müsst sie dann an die größe eures burgers anpassen bei mir sind sie jetzt ungefähr so groß ähm jetzt holen wir einmal eine pfanne und wir befetten die pfanne einmal ähm mit irgendeinem öl ich habe jetzt kokosfett und ja ihr könnt natürlich auch saumluvenöl oder alles andere verwenden jetzt braten jetzt braten wir es einmal so und der patty ist fertig so jetzt machen wir weiter jetzt 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 hier die bürgerbrote jetzt hier die bürgerbrote und ja dann starten wir jetzt mit dem schichten als erstes kommt bei mir die bürgersoße drauf ich öffne die einmal dann bestreiche ich sie einmal hier mit bin ich fertig jetzt kommt bei mir einmal salat drauf so auch fertig jetzt einmal das selbstgemachte fleisch ist ein bisschen klein geworden ich habe auch das kleinste stück dummerweise gerade verwendet ähm hier nach könnt ihr noch tomaten oder zwiebeln drauf tun ähm ich werde natürlich ich werde keine zwiebeln drauf tun weil ich das nicht so gern mag ähm ja ich werde jetzt noch bürgersoße drauf tun auf die seite und das dann zuklappen sauergurken könnt ihr natürlich auch drauf tun und zack mein bürger ist fertig das war es jetzt mit dem bürger tutorial wie man einen bürger macht ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat das gerne ein abo da ich werde jetzt noch welche mit fischstäbchen machen ich werde noch welche mit falafel machen da könnt ihr natürlich auch ähm ja seid kreativ und tut da alles rein was ihr euch so vorstellen könnt was da so schmecken sollte genau also bis zum nächsten Mal Ciao und ihr findet noch ein paar Videos und Playlisten oben rechts oben links und unten links und unten rechts und dann würde ich schon sagen Tschüss Ciao Leute Wir sehen uns下